Moin Leute und Willkommen zu The Forest mit Schnorrer und seinen Sauerstoffgerät. Du siehst ja auch schon ein bisschen älter aus, du brauchst Sauerstoff. So, wir sind auch etwas höher diesmal. Zum dritten Mal jetzt. So, wir wollen natürlich unser anfängliches Ende nochmal. Und diesmal, dass wir auch gemeinsam mal hier rauskommen. Genau, unser anfänglich. Naja gut, das eine Mal hast du mich ja leicht einfach nur verarscht, was dann zu dem Fehler führte. So, ich drücke jetzt zweimal direkt. So, eins von zwei, beilig. Zwei von zwei. Ne, ist bei mir wieder eins von zwei. Also ich kann nicht drücken, bei mir ist immer noch eins von zwei. So, jetzt kann ich nochmal. Ich glaube man muss einfach nur weg gehen. So, eins von zwei steht da jetzt. Aber diesmal musste ich gar nicht zweimal. Kommt bei dir eine Animation? Ja, bei dir auch. Guckt das schonmal gut. Ja, schön. So. Dann verarschte mich diesmal nicht da mit dem scheiß Fahrstuhl. Oh, dann gehe ich hin. So. 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 bist wieder durch die Tür gebackt. So, ich drücke, wir fahren runter. Achtung, Achtung. Es geht bergab. Das ganze Let's Play geht schon seit der ersten Folge bergab. So, du hast aber schöne Knochenrüstung. Dankeschön. Wir hatten ganz komisches Geräusch. Und dann dieses Ende. So, ich bin raus. Du auch? Ich weiß nicht. Ja, jetzt kam gerade der Mega-Rugler wieder. Und dann ging nämlich auch der Fahrstuhl zu. Ist ja ein tiefes Loch. Ne, sieht nur so aus. So, jetzt können ja wieder Gegner kommen. So, hier. Kann man die Wand sprengen? Die sieht auch so aus. Ich weiß nicht. Wenn denn, ja, schwer. Ich glaube nicht, aber wollen wir es testen? Jetzt hast du Sprengstoff noch da? Klar. Wo muss ich denn hinwerfen? So, wa? Passiert gar nicht. Hast du schon wieder nicht angezündet? Doch, doch. Sonst hättest du ja nicht Bumi gemacht. Ich hab mir jetzt gar nicht Bumi gemacht. Hä? Ich hab mir jetzt gar nicht Bumi gemacht. Achso. Na, bei mir hat's Bumi gemacht. Komm hier eigentlich wieder diese schrecklichen Fledermäuse? Ne. So. Aber ob du mir vertrauen kannst, ist die nächste Frage. Aber halt total komischer Weg hier auch, ja. Solltest du mich vielleicht nicht so schnell hinterher kommen. Nicht, dass du wieder irgendwo wachst. Quatsch. Das war vorher auch nicht. Das war nur dieser blöde Fahrstuhl da. Ja, das weißt du nicht. Wir sind noch nicht zusammen hier durch die Höhle. Außer bin ich ja auch durch den Einspalt, dann durch die Glöbel eben. So, was ist denn das im Kopf? So. Vor allen Dingen, wie groß diese Höhle ist. Was? Wasser war hier auch nochmal? Ja. Da sind wir ja durchgetaucht. Oder jemals einzeln. Ja, das wiss ich doch nicht mehr. Boah. Sorry. Ich glaube hier war auch nichts im Wasser, ne? Nö, hatte ich geguckt, ja. Mir ist kalt. Mir auch. Noch? So, was hat denn ein Kommentator gesagt? Ein Stock und... Ja. Habe ich auch schon hier. Und eine Fackel. Kann man den anzünden? Mal gucken. Oh, das ist echt interessant. Oh ja. Geil. Das sieht aus wie so ein... Alter, wie so ein Schwert, so ein Feuerschwert. Vor allen Dingen, damit kannst du auch zuhauen. Kannst wahrscheinlich auch die Leute anzünden. So, hier geht es ja noch das Seil runter, ne? Ja, aber wir wollen ja auch Speicher. Richtig. Wegen der Sicherheit. Genau. Hoffentlich geht es dann auch wieder hin, ey. Vertrau dir da jetzt. Ja, das war ja ein Spalt. Geht das hier oben überhaupt lang? Ja, ja, wir sind richtig. Na, durch diese Fackel hier... Oh, jetzt vorbei mit Fackel. Ach, die geht wieder aus? Die geht dann wieder aus, ja. Und wenn der Stoff abgebrannt ist wahrscheinlich. Das war aber dann schnell. Aber wieso ist das bei mir noch an? So, und Dynamit einsammeln. So. Guten Tag. So. Dann gehen wir mal raus. Aber bei mir war jetzt auch draußen dunkel und jetzt bumm hell. Jetzt kommt bei dir die Animation noch? Ähm. Ja. So. Schneid, Flugzeug fliegt vorbei. Oh, es wird mal nicht Nacht bei mir. Wahnsinn. Bin noch gar nicht durch. Sonst guckt er sich das Bildchen wieder an. Naja, aber bei mir war das immer schon Tag-Nacht-Wechsel immer. Ja. Vor allen Dingen, ich zünde jetzt das Bild an. Ja. Na, hat er das bei dir letztes Mal nicht gemacht? Na doch, aber... Nur weil Timmy jetzt tot ist, muss er das Bild nicht mehr bringen. Ne, das stimmt, ja. Ich meine, er weiß ja nicht, ob er hier überlebt, ne. Er hätte auch Timmy mitnehmen können, um ihn zu beraben, ne. Hat er auch nicht gemacht. Böser Vater. Hätte er machen können, ja. So. Leute, ich sehe, ich konnte richtig sehen, wie du gerade das Bild losgelassen hast. So. Speichern. Speichern. Wegen der Sicherheit. So, wir haben jetzt keine Chance mehr, bei meinem Speicherstand wieder vor dem Boss zu kommen. Oh, wie schade. Das ist jetzt überschrieben. So, dann gehen wir jetzt wieder rein und gucken da die Hülle unten noch an, ja. Ja. Könnte mir aber vorstellen, dass da nicht ganz so viel kommt eigentlich. Ne, ich denke mal, da wird auch schwer sein. So, ich habe Hunger, Durst und mir ist kalt. Ich habe zu schlitzenden Eck drin gehauen. Dann mache ich mir jetzt ja, huch. Huch. Noch zwei. Ich mache auch nochmal eine Fackel, damit es nicht mehr kalt ist hier. Genau. Mann. Was habe ich denn jetzt gemacht? Hä? War das nicht Stock und Stoff? Bin ich gerade blöde? Ja. Aber das geht doch nicht. Nö. Hä? Hä? Geht bei mir nicht? Warte mal. Ist der Stock? Ja. Ne. Dass man den vielleicht schon mit Inventar, dass man jetzt einfach den wieder nehmen muss und äh. Ne. Ach doch, der liegt unten. Ne. Verbesserter Stock. Loll, ey. Das ist ja auch blöde. Tatsache. Ach, den muss man jetzt nehmen. Okay. Alter, man sieht aber echt viel weniger. Irgendwie, finde ich. Wenn du den an hast, ja. Ja. Ach so, du kannst ja im Prinzip den Stock auch vorher schon vorbereiten, ne? Könntest du. Dass du den direkt wieder mit Stoff ausrüstest? Ja, ich bin jetzt beim Block. Bei dem Seil? Ja. So, ich komme. Aber du hast recht, ne? Ja. Also, hier kommst du vorher nicht rein. Also, es könnte bedeuten, dass es vielleicht den komischen Vater noch irgendwo zu finden gibt oder so. Es geht aber ziemlich... Hier sieht es aus, als ob noch eine Tür kommt. Ja. Als wenn noch der... Ich habe ja das letzte Mal eher vermutet, dass das Nord nicht der Endkampf war. Warte, geht hier noch weiter runter? Es soll einfach nur... Zu. Warum? Warum? Hier gibt es Pfeile noch. Was ist zu? Warum kann ich hier nochmal runter? Das ist doch totaler Quatsch. Hä? Ne. Das Mini-Seil da, oder was? Ja. Na, das ist für die, die hier in das Loch fallen und nicht mehr rauskommen. Ja, da hätten sie sich aussparen können. Warum? Ja, ist cooler. Oder? Wurde es nicht aufmachen, oder? Ne. Ist da noch Dynamit oder ist da... Weiß ich noch nicht. Noch ist eine Stimme. Leuchtfackeln. Ja, ne. Die sind auf der anderen Seite auch. Dynamit ist da, glaube ich. Heißt da eigentlich, dass man hier sprengen kann wahrscheinlich nochmal, oder? Bei Leuchtfackeln? Eigentlich nicht. Da hinten war doch Dynamit. Hier ist ein Schloss dran. Das hört sich auch an, als ob dahinter was wäre. Da müssen wir erst... Wir müssen erst irgendwas finden. Das sieht so aus, als ob es da raus geht wieder. Das ist so schneemäßig, wenn du durchguckst. Naja, das geht da noch weiter. Das ist ein Höhlengang. Das sieht jetzt sicher aus, als ob... Das heißt also, wir müssen jetzt irgendwas finden, was wir hier drauf packen können? Aber was? Vielleicht die Spielzeugfigur? Ne. Oder haben wir jetzt einfach keine Steine mehr, oder sowas? Doch, ich habe genug Steine. Schädel gehen ja normalerweise auch. Notizbuch, was steht denn da jetzt? Gar nichts. Okay. Steht denn überhaupt was im Notizbuch? Alles durchgestrichen. Ja, bis auf... ja. Hm. Das ist ja... doll. Das ist aber Dynamit, was hier in der Ecke liegt. Ja? Ja. Stimmt. Die Steine sehen ja auch alle so aus, als ob hier gespringt wurde. Hm. Ja, für die, die da probieren, Dynamit hinzuwerfen. Ja. Habe. Guck mal, und was kaputt hier. Ja. Vielleicht kann man das jetzt... äh... benutzen. Hä? Hier zeigt er mir und was jetzt mit C an und ein Pfeil nach oben, wenn ich hier stehe. Das ist wahrscheinlich wegen dem Dynamit, was du da... Vielleicht kannst du es da hinlegen oder so. Mach mal. Ne, wenn ich C drücke, macht er nichts. Ich wähle auch mal Dynamit aus. Hast du das angezündet, der PC? Ja. Ähm, das war beim Walkie Talkie auch. Dann kannst du es wahrscheinlich irgendwo eigentlich ranstecken. Aber wahrscheinlich geht es da, siehste. Oh, ich habe meins ran gehangen. Toll. Nee, ich... Hab mein Zweck... Hä? Da hängt doch aber eins. Das habe ich doch gerade drin gesteckt. Ja, das brennt doch aber nicht. Ja, weil es noch nicht angezündet ist. Ach so. Kannst du so wieder mitnehmen, aber gut. Bringt doch eh nichts. Müssen wir erst noch rausfinden. Vielleicht ist das... Ach so, da hängst du das wirklich an. Vielleicht ist das, was wir auf dem Boot finden, dafür. Huch, jetzt habe ich meine Stange weggeworfen. Ja gut, wir wissen es ja jetzt so und erstmal nicht, ne? Ja, hast du dir so gedacht, wach? Ich habe mich selber getrunken. Vor allem ich... Du bist auch runtergefallen? Ja. Warum glaube ich, dass du jetzt irgendwas hinterher wurfst? So, was ist das hier für ein Absatz? So. Das heißt also, hier können wir nochmal und wann herkommen. Wenn wir denn was finden. Wenn wir denn was finden. Was hältst du denn davon, wenn wir jetzt einfach zum Boot probieren? Ich hätte nicht erstmal gesagt, zur Höhle. Die ist ja sowieso, die kommt vorher. Das ist noch eine Höhle. Ich weiß bloß nicht, bei mir ist es nicht mehr aufgedeckt, weil ich ja das inne mal neu landen musste. Ähm, wo genau dein Punkt ist, die müsstest du auf der Karte haben. Das weiß ich auch nicht. Ja, guck da einfach nach. Du meinst die Höhle, die wir im Schnee bieten oder was? Nein, ganz im Osten. Bei unserem Lager 2 ungefähr. Lager 2. Lager 2. Was kommt der hier mit Lager 2? Bei Starlack 13. Lager 2 hat auch raus. So. Du weißt, dass wir hier ganz oben im Schneegebiet sind. Out of Map. Und Osten da irgendwo unten ist. Ja, und wo ist jetzt denn das Problem? Wir müssten doch auch da hin, wenn wir zum Seelschiff wollen. Ja, aber es wäre das Schiff nicht vorher? Nein, nein. Rennst du nicht hin? Du rennst doch in die falsche Richtung. Das ist doch das Westen. Du musst doch andersrum denken. Du rennst jetzt Richtung Osten. Warte. Das kann ich ja ganz leicht lösen. Nein, du rennst schon richtig. Bleib mal locker. Oh, wenn du den Kompass ausrüstest, kriegst du ein Achievement. Oh, dann muss ich den mal ausrüsten. Boy Scout habe ich bekommen. Waren schon wieder Eingeborene. Ne, hier sind auch ganz viele Tiere. Ja, guck stimmt, hier ist ein Reh. Wieso ist hier auf einmal ein Reh? Alter, da sind da ein Haufen Eingeborene hier. Lol, ich hau ab. Wieso? Links sind vier und rechts abhängig sind zwei auch noch mal drei. Wir haben eure Scheffeln besiegt, haut ab hier. Ne, die wissen jetzt nicht mehr, was sie machen sollen. Äh, du rennst da in so eine Masse rein gerade. Ja, ja, ich wollte die eigentlich umrunden. Hat nicht geklappt. Kämpfst du gegen die oder was? Nein. Aber ich habe keine Ausdauer, als du in die rein bist. Das heißt, ich kann nicht so einfach wegrennen. Bist du jetzt hier einfach runter oder was? Jo. Artcore. Du bist ein Typ, ey. Die kommen doch noch nicht runterjumpt. Doch, der eine ist runterjumpt. Okay. Okay, er kommt an, er kommt an. So. Ich renne einfach weiter. Hör auf zu schlagen, du hast ja keine Ausdauer. Aber, die haben alle, das, alles so eine fetten, ne? So, zwei rennen zurück. So, jetzt sind wir hier am Strand fast. Genau. So, einer kommt immer noch hinterher. In diese Richtung jetzt muss das gewesen sein. Du hast ja eine scheiß Karte, ey. Was habe ich? Eine Karte. Ja, da kann ich doch jetzt nicht drauf gucken, wenn die hier uns verfahren. Warte, war hier was zum Sprengen? Oder habe ich mir das eingebildet? So, meiner ist weg. Meiner noch nicht. Oh, jetzt haut der mich hier auch noch. So, meiner ist auch weg. Ekelhafter. So. Aber das Schiff war doch im Westen, oder nicht? Wir wollen doch jetzt zur Höhle. Ja, wo ist denn die? Muss ich mal auf die Map gucken, sagst du mal. Keine Ahnung. Hä? Warum macht dann die Map nicht auf? So, dann müssen wir aber jetzt wieder nach rechts weiterlaufen, ne? Ja, wenn du das sagst. Also bei mir ist hier ein... Ich weiß jetzt nicht, welche Höhle du meinst. Genau in der Mitte? Quasi vom Schlund war das, glaube ich. Rechts einfach gesehen. Genau, also genau mittig. Okay, da habe ich einen Höhleneingang, ja. Das heißt, wir müssten... Können hier noch geradeaus und müssen nachher einfach nur ein Stück nach rechts. Ist ja interessant. Was steht denn da? Na, so ein Teil da halt, ne? Irgendwie hat er bei mir wahrscheinlich die Textur noch nicht geladen oder so. Das kannst du natürlich haben. Aber was ich... Also... Können wir hier jetzt noch ein anderes Ende bekommen, oder? Oder das ist so ein Ende, das einfach halt endlos weitergehen kannst, theoretisch. So... Andere Frage, war dein Höhlenloch, äh, ein Loch mit einem Pfeil nach unten, oder? Ich glaube das war so ein, äh... So ein Berg quasi, wo da ein Eingang zu sehen ist. Okay. Ich weiß nicht, das ist... Ich weiß nicht, wie lange das schon wieder her ist. Oh, hier sind das. Oh, hier sind Bären. Ich futter mal was. Alter, haut bloß ab. Ihr misst Tücher. Ich trinke hier erstmal was. Pass auf, da ist so ein... Vieh. So ein Wildschwein. So, wollen wir erstmal Folgen täuschen und dann machen hier? Ich würde sagen, wir rennen noch bis kurz zur Höhle, oder? Ich weiß ja nicht, wie weit das noch ist. Das weiß ich auch nicht. Na, so weit ist das nicht mehr. So, alles voll. So, Karte ausrüsten. Ne, entweder ist es jetzt, äh... War das, äh, ein Loch nach unten, oder halt so ein... Ich hab doch gerade gesagt, das müsste so ein Hügel gewesen sein, oder so ein... Na, da müssen wir noch ein bisschen südlicher laufen, noch hier über den Fluss rüber und so. Scheiße. Was denn? Ne. Alter, ist ein bisschen tief hier, ja? Ja. Zack. So, im Prinzip jetzt eigentlich geradeaus. Okay. Wenn da die Markierung ist, dann waren wir da schon drin, ne? Ja, da waren wir doch schon hier. Dann ist das die hier gewesen. Okay. Genau, da sind wir ja rausgekommen. Äh... Aber es gibt dann noch eine andere auf der Karte. Aber das heißt ja theoretisch, ich müsste wahrscheinlich hier nochmal rein, wenn er das bei mir nicht gespeichert hätte. Das kann sein, ja. Das muss ich mir immer merken. Ja. Gut, dann können wir jetzt aber hier einfach einen Kurschen machen. Ja, und dann... Ja, oder wollen wir zur anderen kurz noch schnell laufen? Ja, gut, dann musst du wieder führen. So, das jetzt einfach hier nach rechts einfach in die Richtung. Das kann aber sein, dass das vielleicht sogar der See war. Hörst du auch diese Schwimmgeräusche die ganze Zeit? Ne, und was höre ich. So, Atem, Atem und weiß ich was. Ganz komisch. So, und wo hier vorne kommt das direkt? So, hier ist jetzt auf der Karte was eingezeichnet. Das hat sich eben angehört. Achso, hier haben wir ja eine Markierung. Ist das unsere? Ja. Ja. Dann waren wir hier auch schon. Ja. Dann waren wir hier auch schon drin. Ach, da ist der Teil. So. Ne, dann machen wir jetzt Folgenpäuschen. Und rennen dann nochmal zu dem Schiff, oder was? Ja, dann können wir übers Lager latschen. Ja, geraden Weg durch, oder? Hallo. Hallo. So, jetzt aber erstmal Spitze bedanke mich. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Auf. Auf.